Zu Wing Chun bin ich gekommen, weil ich nach dem Ausgleich für meinen stressigen Arbeitstag gesucht habe. Ich habe ein Training gesucht, in dem ich mich mal so richtig auspowern kann und auch ein Training, in dem ich auch mal abschalten kann und mal runterkommen kann, zur Ruhe kommen kann. Die Evito hat mir genau dieses geboten, weil beides zusammen angeboten wird und das finde ich ganz toll. Wichtig war es mir genauso, eine Trainingsform zu finden, in der es auch um meine Gesundheit geht. Das heißt, ich hatte vor dem Wing Chun Training auch sehr viel mit Verspannung zu tun, Verspannung im Nacken- und Kopfbereich, Verspannung im Rücken, Kopfschmerzen. Und auf jeden Fall kann ich von mir sagen, dass es seitdem viel, viel besser geworden ist, dass ich viel lockerer bin, viel entspanter bin, dass ich besser schlafe, dass ich ruhiger und ausgeglichener bin und dementsprechend auch auf den Menschen so wirke. Für mich das Beste an diesem Training ist, dass ich als kleine Frau, als zierliche Frau, die Möglichkeit habe, mich gegen stärkere Männer zu beweisen und mich zu wehren, auch wenn ich nicht unbedingt gerade sehr stark bin. Und genauso würde ich es auch jeder Frau, jedem Kind empfehlen. Und man muss einfach wissen heutzutage, wie man sich zur Wehr setzt. Vielen Dank.